eine geheimtür wurde in eurer werkstatt gebaut sogar riesen können was bauen das ist gut zu wissen was machst du da geh wieder weg genau sehr brav jetzt warten wir kurz und weiter wo bringst du die türe hin euer zauberspruch symbiose wurde verbessert wo zur helle geht er mit der tür hin dann bringt er dir etwa zurück in die werkstatt was macht der da gerade der blöde imp du sollst hier nichts befestigen sehr schön die tür ist zu meine fresse nur sollten wir die hier auch zu machen und alle eben schnell weg toll jetzt ignoriert er die tür nicht er läuft außen rum das ist jetzt irgendwie weniger gut gelaufen als ich es mir erhofft hatte dann kommt da noch eine geheimtüre hin das ist irgendwie weniger ja ist Und dann muss ich mich mal diese Elfen hier entledigen. Die scheinen mir ja die Imps abzuknallen. Also schnappe ich mir gleich mal die Riesen. So, die sollten diese Elfen umkloppen. So, ist hier noch eine Elf? Nö. Dann könnt ihr wieder weg. Und hier könnt ihr mal schneller die Sachen hier bauen. Oder vielleicht schafft ihr Riesen mal für mich. Meine Teufler wollen ja nicht, die sind mit trainieren beschäftigt. Boah, die Riesen sind da eigentlich ziemlich schnell und fix drin. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. So, sofort an den Ort, an die es muss. Mann, Mann, was für ein Krampf. Ich hätte die Geheimtür hier hinsetzen sollen. Und da kommt der Ritter auch schon wieder. Ja, das ist jetzt eine richtige Schleich- und Kriech-Mission. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo die blöde Kiste abblieben ist. Die Piste ist hinter der Tür. Gut. Theoretisch, während der da rumläuft. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Casino. Also, die ist so schlimm, dass der nicht zum Casino kommt. Na super, jetzt habe ich den Jackpot. Jetzt fängt er bei mir das Doodeln an. Mikro-Ferkel fallen in euren Dungeon ein. Eigentlich kann ich ja hier die Geheimtür schon wieder verkaufen und sie hier oben hinsetzen. Ja, guck, dass du Land gewinnst, du Prinz. Ich denke mal, sobald ich die... Ich glaube, ich kann nicht mal seine Kohorte angreifen, ohne dass die was merken. Euer Casino ist zu klein. Es ist Zahltag. Nicht die Tür einschlagen, bitte. Das da hinnehmen. Jetzt bringt die Kiste dann heran. Ist er irgendwie schneller geworden? Da liegt die Kiste. Da ist er. Mit seiner Kohorte. Konsorte. Oder wie auch immer. Ich denke mal, das Gold kann ich jetzt mal alles ausgraben. Ich dachte jetzt schon, er geht durch das Heldenportal raus. Oder wartet er etwa, bis seine gesamte Truppe da ist. Weißt du was? Weißt du was? Ich bin nett. Da. Jetzt läuft er außen rum. Und das Portal, da nehme ich mal nicht ein, das ist mir viel zu nah da dran. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Euer Zauberspruch, böser Blick wurde verbessert. Die Geheimtür ist zu. Jetzt will ich mal diesen Riesenloch hier hinten loswerden. Sehr schön, ich habe noch eine Geheimtür. Das sieht lustig aus. So. Jetzt kann mir von mir aus mal ein Imp hier das Ding einnehmen. Das hier ist eigentlich ganz einfach, wenn man es so sieht. Nehmen wir mal die Brücke hier ein. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Nein. Jetzt verkauft diese Brücke bis hier hin. So. Mann, die Mission zählt echt an den Nerven. Spiele gespeichert. Deswegen speichere ich da lieber öfter mal ab. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. So klappt das nämlich langsam viel einfacher. Aber lieber erstmal nicht einschlagen. Ich will wissen, wie dieser Prinz darum jetzt reagieren wird. Okay, er geht wieder. Er dreht zusammen mit seiner Kohorte um. Oh. Oh. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Sehr gut. 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 Gut.